hallo freunde kurz mal kleine unterbrechung problem ist gerade mir ist das spiel irgendwie aus irgendeinem grund abgestürzt und bevor irgendwann irgendjemand mal meckert habe ich mir jetzt was leider einfallen lassen müssen das ist ein bisschen uncool aber du kannst ja hier in dem emulator den ich benutze ja ist halt so spiel das nicht original vom ding sondern wir auch die qualität ein bisschen anders die sache ist einfach die ich muss hier diesen speichermöglichkeiten von dem emulator benutzen sonst habe ich kann es passieren dass ich immer mal wieder abstürzt und dann halt wenn ich die normalen safe games benutzer halt echt am arsch der welt dann irgendwo bin und das ist ein bisschen uncool und cool wir haben level 9 auf dass ihr versteht ist wenn das abstürzt werde ich jetzt eigentlich immer wenn es so umschweife gibt einfach mal kurz den hier machen und dann gehe ich da rein weil mir ist es jetzt ein paar mal schon passiert so wie gerade eben ja da redet man drum passiert nämlich genau das geht einfach nicht weiter dann kann ich einfach f4 man es geht weiter und dann sollte es hoffentlich klappen ja seht ihr und deswegen schön ist schön 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 dass man das jetzt quasi mal so demonstrieren könnte was eigentlich das problem ist ja dann wisst ihr bescheid so die die wesen in dieser gegend sind sehr aggressiv du solltest dich gut vorbereiten ich kann dir helfen einkaufen elfenstaub nein wir brauchen blätter so danke ja der späer ist noch ein bisschen uncool sobald man den werfen kann wird der geil das heißt wir müssen da auch noch ein bisschen durch leveln oder kann ich selbst generell jetzt hochleveln geht doch woher gibt es das oder alles klar gut ja hier ist alles schlimm wurde mir gesagt oder hat die dame zumindest gesagt oder habe ich jetzt schon ein fehler gemacht ja jetzt waren wir zum glück nicht so weit aber nimmt es mir nicht krumm wenn ich halt diese speicher position benutze wie gesagt wenn ich halt irgendwo anders verrecke dann war natürlich den ganz einfachen weg ja ich hoffe ihr versteht das von daher so was gibt es da oben schon wieder den fehler gemacht ja und da haben wir wieder das problem komisch was ist das nur was ist das nur für ein problem was er da hat jetzt geht es gar nicht mehr voran als ihr seht irgendwas muss ich mir da einfallen lassen ist doch ätzend warum macht er das ist eine sehr gute frage ich kann noch nicht jedes mal irgendwo speichern weil das ding halt nicht so ganz klappt ist doch kacke na gut da wissen wir ja schon bescheid ich werde ich die ganze zeit jedes mal f2 drücken wenn ich irgendwo den kartenanteil beende gell das seht ihr doch ein so kommt da einmal davon ab oh cool blatt gefunden schön gerade erst welche gekauft da kommt den nehmen wir noch mit so passt ja nochmal hier gut hilft ja alles nix aber ich rass einfach nicht warum er diesen fehler macht man ist ja jetzt eigentlich die ganze zeit gespannt klappt es oder klappt es nicht weiß nicht warum ich muss mal über muss man nachlesen was da das problem ist okay da gibt es nix weil das ist irgendwie sehr sehr merkwürdig so kaputt der Hund ist ein bisschen mutiger als ich Aua die haben es ganz schön drauf Aua ganz schön Aua hallo Aua Aua So 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 Das habe ich schon übel Kann ich so rankommen lassen Na geht doch Wasser gefunden Ich glaube ich bin hier falsch Klappt ihr das auch Klappt ihr das auch? Ah das ist noch Nicht dass wir uns das hier einfallen lassen Aber hier ist auch noch einer So Wenn ein Hundi gefangen wird ist das nicht so wild Wenn ich gefangen werde macht Hundi wahrscheinlich nicht mich frei Okay Sehr gut Teamarbeit Okay Doch nichts Ah okay Oh das war Zufall Ich bin tot So Was sieht denn das aus? Level Der Speer 23 Ich hoffe da haben wir noch ein bisschen Aber der ist gut Er ist sehr sehr gut Ah Er sollte noch eigentlich zum Vulkan Ich hoffe ich gehe hier richtig Und die Oh 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 Ah Ich dachte schon Machen wir es mal so Keine Ahnung was da das Problem ist Das wäre schade Oh Oh Komm Und tot So Sehr gut Schönes Ding Schönes Ding Na So Tot Tot So Ah Also die Frösche sind echt übelst Säurewegen, Heil Aura nehmen wir mal Was gibt uns das? Nichts Was soll mir das jetzt machen? Hallo? Muss Frosch töten Ohne Scheiß So kleine Viecher mache hier Riesendampf Ah Ich meine die haben auch gefährliche rote Augen So Sehr gut Uhhh Hups Scheiße Vergiftet Das gibts doch nicht Krafthauch Nee Komm Mann ist anders Dann Krafthauch Entgiftet mich haben sie ja gesagt Ja Hilft ihr alles nix So Oha Das gibts doch nett Töten Blöder Frosch Ja Geil Danke Ja Danke Ein bisschen Schiss vor den Dingern Ist mir echt übel drauf Die Anne kommen auch immer näher Juhu tot Blatt Blatt Gut gemacht Wasser Wasser im Sumpf Klar Das ist logisch Das ist logisch Okay Aber hier komme ich auch noch nicht hin Dreckiges Geil Geil Geld gibt's schon mal gut Geil Geld gibt's schon mal gut Oh Ihr wisst das doch Schon Aua Die sind ganz schön hart die Viecher Aber es ist gut desto besser können wir leveln Zack Ich brauche nämlich unbedingt den Speer auf Level 2 Guck mal mal 46 Schauen wir noch ein bisschen was zu töten Okay Machst du Platz Wuffi So Geht doch Die Immerhin Danke Hundi Äh Alles gut Oh Oh Sehr geil Okay Fällt mir ein Der Hund Heil Aua Sauberwegen Versuch's einfach mal mal schauen was passiert Ich Kann mir dem Kleinen einfach mal ein bisschen Geld geben Nektar Okay Ah 24 Was haben wir hier So Passt doch Wah Wah So So Uh Wund Uh Uh Wund 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 Ja, endlich! Level 9 erreicht. So, geht doch. Einfach nochmal alles holen, als es geht. Gut gemacht. So, die Spinne nimmt jetzt natürlich auch noch mit. Dumme Spinne. Die ist jetzt mir. Oh, ne. So. Ich muss nämlich meinen schicken Pfeil aufwerten. Äh, Speer. Pfeil. Gibt's doch nicht. Da wird alles verbraucht, nur... Oha, okay. Ah ja, da geht's weiter. Das mache ich aber durch Zufall, mehr oder minder. So, machen wir mal. Sehr gut. So. Cool. Ja.